Hallo und herzlich willkommen zum dritten Dashcam Video von mir hier Zedek Esos und ich heiße es herzlich willkommen. Wir tun hier Außenfliesen heute fahren von Köln nach Oenebrö und da kriegen wir 51.051 Euro. Das ganze fahren wir von ITC nach Norsken. Wir sind auf dem EU1 heute mal, nicht wie wir bei den letzten zwei Folgen auf dem EU2. Ich bin jetzt wieder ruhig und werde mal versuchen hier auch mal ein paar Dinge klarzustellen. Mal sehen mal welche treffen, wahrscheinlich eher weniger. Es ist Sonntagmorgen und es sind nur circa knapp 100 Personen hier auf dem kompletten Server. Ich nehme an die meisten wieder in Amsterdam und Rotterdam. Da kommen wir jetzt nicht vorbei, aber ich bin mal sehr gespannt, wie es oben bei der Fähre nach Schweden ausschaut. Bis dahin, wir sehen uns ja sofort wieder. Ich mache jetzt keinen Cut, aber wer weiß, also wer schon weiß, wie das hier abläuft, wir tun hier jetzt, also ich höre jetzt auf mit Reden und dann ist ein bisschen beschleunigt und ich tue ein bisschen Musik dahinter legen oder keine Musik dahinter legen. Je nachdem, ich glaube, ich tue da keine Musik dahinter legen. So viel Spaß dabei. Ich habe mir alles mit. Oha. Man collects die Musik dahinter Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, meine lieben Freunde, jetzt sind wir angekommen hier in Henebrö. Erster Aufentwald. Ich wusste gar nicht, dass ich die Stadt noch gar nicht habe. So, dann stehe ich gerade 25 von 26. Also habe ich irgendeine Stadt hier im Norden auch noch nicht. Wann wir noch muss können. Dann parken wir jetzt mal ein. Ach, der Parkplatz. Alles klar. Ich fahre mal hinten rum. So, gut da. So, 11.47 sind wir da. Wo wir losgefallen sind, würden wir jetzt wahrscheinlich noch über 12 Stunden brauchen. Also, in-game-Zeit. Letzte Meter sind noch ein paar Jerken gekommen, habe ich so gesehen. Oh ne, das wird nix. Das wird nix. Bin ich soweit drüben. Wer es mitbekommen hat, ich bin am Anfang ja auf den EO1 gewesen. Was mache ich denn hier? Das bin ich noch im EO2. Weil ich zweimal auf dem EO1 gekickt worden bin. Also auf dem EO2 bin ich jetzt auch noch einmal gekickt worden. Darum gab es da einen kurzen Cut. Habt ihr auch wahrscheinlich gesehen. Und ich hoffe, dass ich jetzt hier einpacke. Zack, drüben wir mal Tee. Absatteln. Synchronisation. Ausgezeichnet. Das klingt doch schon mal gut. Und sogar Level Up. Sehr gut. Fortfahren. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich in der nächsten Folge wieder. Wo bei Reinkraft oder bei Transport Fever. Je nachdem. Es kommt an nächster Zeit noch Multiplayer. Mehrere Multiplayer-Projekte mit mehreren Leuten. Könnt ihr schon mal drauf freuen. Weiteres dazu. Vielleicht ist das alles schon gelaufen. Ich weiß jetzt nicht, wann das rauskommt. Das müsste eigentlich laut Plan müsste es heute ist heute ist der 13. Heute ist der 13. Der 11. Der Sonntag. Hatte ich heute hier schon gesagt. Zu Anfang der Folge. Dieses Video müsste laut meinen Berechnungen am 23. 11. rauskommen. 23. 11. Es ist der Mittwoch vorm ersten Advent. Dann werde ich wahrscheinlich keine Dashcam mehr aufnehmen. Weil ich nicht weiß, wann das Winter Update kommt. Und dann würde ich wahrscheinlich meinen, das Winter Update kommt so gegen Dezember. Und weil aber der 30. November auch noch Mittwoch ist. und jeden Mittwoch ihr hier Dashcam vom Euro Truck rauskommt, würde ich dann wahrscheinlich da sagen, vielleicht kommt was, vielleicht kommt nichts. Aber je nachdem, wie ich gerade Lust und Laune habe, kann es natürlich sein, dass zwischendurch irgendwas von ETS kommt. Und das verschiebe ich dann natürlich dann auf den 30. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt beim Zuschauen. Habt ein bisschen was gelernt oder Kritik nehme ich natürlich auch an. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Citric Esos.